Der Alano Español ist eine nicht von der FCI anerkannte Hunderasse aus Spanien. Die Rasse wird von der Real Sociedad Canina de España anerkannt, die Spanien in der FCI vertritt. Und führt dort die Standardnummer 406. Sie kann auf spanischen Rassehundeausstellungen ausgestellt werden und den Champion-Titel erwerben. Beim Alano Español handelt es sich um einen molossoiden Hundetyp. Die Hündinnen werden bei einer Schulterhöhe von 56 bis 60 cm zwischen 25 und 35 kg schwer. Die Rüden kommen bei 60 bis 63 cm Schulterhöhe auf 30 bis 40 kg. Der Name Alano steht in romanischen Sprachen für verschiedene Hundemolossoiden-Typs. So heißt die deutsche Dogge beispielsweise auf Italienisch Alano, auf Spanisch wird sie auch als Alano-Alemann bezeichnet. Abgrenzung zum Dogo Canario Der Dogo Canario ist nicht identisch mit dem Alano Español. Die SCE führt beide mit je eigenem Rassestandard unter verschiedenen Nummern.